Kannst du dir vorstellen, dass ein Vulkangestein etwas mit deiner Gesundheit zu tun hat? Bleib dran, ich überfahre es gleich mehr. Zeolite sind ein vulkanisches Gestein. Es gibt eine Untergruppe von Zeolit, die heisst Klinoptilolit. Das wird eigentlich medizinisch dann ausgenutzt. Dieses vulkanische Gestein wird ganz fein gemahlen. Die Partikel haben eine Grösse von Mikrometer bis teilweise sogar im Nanometerbereich. Die Struktur ist so aufgebaut, dass ein grosser Hohlraum besteht um Aluminium- und Siliziummoleküle oder Atome herum. Dazwischen grosse Hohlräume. Ein Gramm Zeolit hat eine Oberfläche innen von mindestens 40 Quadratmetern. Es gibt Schätzungen bis 300. Stell dir mal vor, so eine kleine Menge Zeolitpulver hat eine riesen Oberfläche. Und das können wir medizinisch ausnutzen. Es wirkt also wie ein Schwamm. Und in diesem Schwamm werden drei Dinge aufgesogen. Primär, das ist Histamin, Schwermetalle und Ammoniak. Alle drei sind für den Körper Giftstoffe bei Histamin in Anführungszeichen. Histamin ist ein notwendiger Stoff. Wenn er aber im Überschuss vorkommt, löst er Allergien aus und Blähungen. Schwermetalle, ganz klar, sind alles Giftstoffe. Die werden aufgesaugt von diesem Zeolit und ausgeschieden. Und Ammoniak ist ein Abbauprodukt von Eiweissen. Wenn das in zu grossen Mengen vorkommt, kann es krebserregend sein. Also wir haben eine Reinigung des ganzen Darmes vor uns, wenn wir Zeolit einsetzen. Zeolite müssen medizinisch aufbereitet sein. Es gibt viele Produkte auf dem Markt, die das nicht sind. Dort ist man nicht sicher, ob gewisse Aluminiummengen in den Körper gelangen. Bei medizinisch zugelassenem Zeolit ist das definitiv nicht der Fall, auch wenn es immer wieder behauptet wird. Nun zu den Indikationen. An allererster Stelle steht der Reizdarm. Tausende von Menschen leiden an Reizdarm. Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung usw. Dort ist die Überschussmenge an Histamin der Hauptfaktor, der das auslöst. Und genau dieses Histamin können wir aufsaugen. Also Darmstörungen, egal welcher Art, auch bei schweren Entzündungen wie Colitis und Morbus Crohn, Zeolite dämpfen die Beschwerden. Und auch wie schon erwähnt, Allergien. Heuschnupfen z.B. oder Asthma oder Hautausschläge. Nesselfieber. Auch dort spielen Überschüsse von Histamin eine grosse Rolle. Und deswegen bei Allergien, wenn andere Produkte nicht genügen, setze ich immer noch ein Zeolit dazu ein. Schliesslich alle Autoimmunerkrankungen, weil die haben ihren Ursprung ja auch im Darm. Etwa 99% aller Autoimmunstörungen haben ihre Ursache im Darm. Und die können wir verbessern mit Zeoliten. Und schliesslich diverse Hautausschläge, ob sie nun allergisch sind oder Autoimmun. Die Haut wird schöner durch Zeolite. Es gibt sogar Hinweise, dass Zeolite eine Art Jungbrunnen sind und den Alterungsprozess verlangsamen. Noch zur Dosierung. Man muss keine Angst haben vor Zeolit. Die Minimummenge pro Tag ist etwa 2400 mg. Das muss man aber aufteilen in drei Portionen. Ich gebe es am liebsten dreimal täglich. Und ganz wichtig, das muss 30 bis 60 Minuten vor den Mahlzeiten eingenommen werden mit etwas Wasser oder sogar ein bisschen zwei Deziliter Wasser. Es muss sich im Darm verteilen, bevor man die Nahrungsmittel zu sich nimmt. Also mindestens 2400, das heisst dreimal 800 pro Tag. Aber das kann man steigern. Also das Maximum liegt bei zweimal fünf Gramm oder 10.000 mg pro Tag. Dort ist etwa die Grenze. Aber in den meisten Fällen genügen eben so zwei bis drei Gramm pro Tag, vielleicht zweimal drei. Das musst du ausprobieren. Das kann niemand vorher sagen. Einzige Nebenwirkung ist am Anfang eine gewisse Verstopfung. Wenn das passiert, senke ich die Dosis, versuche es nochmals, vielleicht mit dreimal 600 oder dreimal 400 sogar. Und erst nach ein paar Tagen, wenn die Verstopfung wieder sich etwas löst, dann wieder steigen. Und eine wichtige Aussage noch, Zeolit braucht keine Pausen. Du kannst es jahrelang nehmen am Stück. Es gibt keine negativen Funktionen oder Auswirkungen. Aber es ist in jedem Fall ein Wohlfühlprodukt. Es lohnt sich vielleicht auch nur, eine Kur zu machen, ein paar Wochen jedes Jahr. Aber mit Zeolit wirst du und dein Darm profitieren. Und das wird dir nicht genau. iero das envelop善ut. 次-줄. Neh ? Nef ?